Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich dachte mir, ich zeige dir einfach mal, wie ich mir selber einen Gedankenpalast normalerweise entwerfe. Damit es möglichst realistisch läuft und nicht wieder eins dieser schnieken Videos wird, wo halt alles immer perfekt passt, will ich dir einfach mal zeigen, wie das bei mir abläuft, wenn ich es wirklich ganz einfach in der dreckigen Realität so mache, wie ich es eben mache. Und deswegen ist hier überhaupt nichts geskriptet. Ich habe mir auch nicht überlegt, wie ich das dann visuell mal darstellen kann oder so. Ich mache das jetzt einfach hier so on the run, damit du wirklich siehst, okay, wie sieht das in der Realität aus und nicht im schön vorbereiteten Video. Das heißt, das Video könnte ein bisschen länger werden. Ich weiß noch nicht genau. Ich habe tatsächlich noch nie die Zeit gemessen, wie lange ich selber brauche, um sowas zu machen. Und deswegen schlage ich vor, legen wir einfach mal los. Okay, also wenn ich mir selber einen Gedankenpalast mache, so wie ich das jetzt eben vorhabe, überlege ich mir als erstes ein Setting. Setting, was meine ich jetzt damit? Setting heißt, wie sieht die Umgebung des Palastes aus? Warum ist es wichtig? Mir ist es wichtig, weil ich das brauche, oder zumindest es hilft mir sehr, mir den Palast wirklich klar vorzustellen und Details hinzuzufügen oder einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es dort sein könnte. Also Setting. Brauchen wir einen kleinen Gedankenpalast. Nehmen wir mal ein Setting, das ich bisher für mich selbst noch nicht verwendet habe. Aber sagen wir mal, ein Wald. Okay, wir sind jetzt also mitten im Wald. Okay, wie sieht die Umgebung aus? Ich denke da jetzt an so einen ganz normalen, mitteleuropäischen Wald, so wie hier in der Nähe. Ich wohne in Tübingen, zumindest momentan. Also gemäßigtes Klima, ich stelle mir das gerade eher kühl vor, vielleicht im Frühling, die Sonne scheint durch die Blätter, es ist alles so ein bisschen frisch und hellgrün und ich sehe vielleicht auch ein paar Blüten. Ja, das ist eine Umgebung, wo man sich einen Gedankenpalast vorstellen kann. Und wenn ich mir dort jetzt einen kleinen Ort machen möchte, ein kleines Gebäude oder eine Höhle oder sowas, dann denke ich, sollte die in die Umgebung eingebettet sein. Das heißt, das, was mir jetzt in den Sinn kommt, ist das Bild von einer alten Ruine, die überwuchert ist von Vegetation. Also wir haben eine Ruine im Wald. Okay. Eine Ruine. Vielleicht ein alter Vorposten oder eine alte Burg, was könnte in so einem Wald drin sein? Ich stelle mir vor, dass das zum Beispiel ein altes Hügelgrab sein könnte oder sowas. Dann nehmen wir doch einfach mal das. Oder, na, das ist vielleicht ein bisschen negativ als Ort. Wie wäre es mit einem alten Räuberversteck? Das hätte doch was. Das wäre vielleicht interessant. Mal gucken. Okay. Also wir haben eine Ruine im Wald. Vielleicht ein altes Räuberversteck. Auf jeden Fall alt und verlassen. Und die entdecken wir jetzt. Okay. Die erste Frage, die ich mir dann stelle, ist, wie groß soll der überhaupt werden? Also, wie groß wird der Gedankenpalast? Ich schlage vor, um der Kürze dieses Videos willen, bleiben wir mal bei drei oder vier Räumen. Dann, sagen wir mal, drei Räume. Und da ich persönlich das relativ gerne mag, gebe ich den Räumen immer die gleiche Anzahl Loci. Wenn ich weiß, was ich mit dem Palast schon anfangen will, dann lohnt es sich natürlich, die Anzahl der Loci entsprechend zu wählen, damit es zum Thema passt. Da ich noch nicht weiß, wofür der gut ist, denke ich mir, okay, eine gleichmäßige Aufteilung ist sinnvoll. Also nehmen wir doch jeweils fünf Loci. Wenn ich nicht genau weiß, was ich machen soll, ist das mein Standard. Das Schöne an fünf Loci ist, wenn wir einen Raum haben, normalerweise sind die ja viereckig, dann haben wir einen hier, einen hier, einen hier, einen hier und den letzten in der Mitte. Ja, okay. Wir haben jetzt also ein Setting und wir haben eine Anzahl Räume mit jeweils fünf Loci. Das heißt, insgesamt werden es 15 Loci. Kleine Anmerkung, Loci oder Loci, ist eigentlich egal, wie du es aussprichst. Loci wäre eher kirchenlateinisch. Loci, naja, könnte man behaupten, sei die richtige Aussprache für klassisches Latein. Ist aber eigentlich wurscht. Also, es kann sein, dass ich immer mal hin und her springe zwischen den Begriffen versehentlich. Darf man nicht stören lassen. Loki, Loci, ist dasselbe. Okay, drei Räume, fünf Loci. So, das Erste, was ich jetzt sicherstellen will, ist, dass ich den Räumen eine Reihenfolge gebe. Das heißt, ich will mir klar überlegen können, also wenn ich mich später an den Gedanken über das der Innere, dann möchte ich gerne ein Schema haben, an dem ich mich entlanghangeln kann, damit ich den jeweiligen Raum immer finde. Also, beim Oasenpalast, falls du den schon mal dir angeschaut hast, wähle ich Zahlen, einfach die Zahlen von 1 bis 10. Jeder Raum bekommt eine Zahl zugewiesen, das ist eine Möglichkeit. Also, ich nenne das mal Route, das wäre nämlich auch der offizielle Begriff. Ich brauche eine, ich nenne es mal eine assoziative Route. Assoziativ. Eine assoziative Route. Also, Oasenpalast hatten wir das Beispiel. 1 bis 10. Das ist relativ simpel. Okay. Die 10 Zahlen kann man draufzählen. Jetzt hierfür 1, 2, 3 zu nehmen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Und da ich auch die Zahlencodierung jetzt noch nicht groß thematisieren will, nehmen wir doch lieber etwas, das eingängiger ist, also einfach ein Dreierschema. Also, welches, was meine ich mit Dreierschema? Es kann eigentlich jede Art sein von Dreiteiligkeit oder Dreipoligkeit, die in deinem Leben so vorkommen. So, das heißt ich, Fundament, Wand, Dach. Oder von mir aus, Autogarage, Haus. Was könnte noch dreiteilig sein? Ein guter Tipp zu dem Beispiel, wenn du eine Buchtrilogie hast, die du gerne magst, kannst du die natürlich auch verwenden. Also, ich zum Beispiel mag extrem gern Der Name des Windes. Das ist eine Trilogie. Das dritte Buch ist zwar noch nicht raus, aber ich kenne zumindest den Titel. Da hätten wir die drei Titel, Der Name des Windes, Die Furcht des Weisen und Doors of Stone, also Türen von Stein. Ich weiß nicht, wie der deutsche Titel dann sein wird. Das wäre auch ein mögliches Dreierschema. So, und ich dachte mir, nehmen wir vielleicht was Einfaches, worunter sich jeder was vorstellen kann, der sich das anschaut. Also nehmen wir doch einfach als Dreierschema, das heißt als assoziative Route, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Darunter kann sich wahrscheinlich jeder was vorstellen. Also das ist eben dieses beliebte Spiel, das man spielen kann. Und das Schöne daran ist, das kann uns jetzt ein Thema für die drei Räume geben. Also gehen wir mal weiter. Das ist nämlich jetzt die nächste Frage. Nachdem wir Größe und Route festgelegt haben, liegt es nahe, jedem Raum ein Thema zuzuweisen. Also die Themen der Räume. So, wir haben Raum eins, wir haben Raum zwei und wir haben Raum drei. Okay. Im Moment sind die noch rechteckig in meinem Kopf. Kann sein, dass wir das gleich ändern, aber einfach nur so als Idee. So. Wir haben ja schon zugeordnet. Wir nehmen die Route, Schere, Stein, Papier, um durch unsere Ruine durchzukommen. So. Wir haben also jetzt ein Stichwort pro Raum. Erster Raum Schere, zweiter Raum Stein, dritter Raum Papier. Daraus können wir uns jetzt Themen basteln. Welches Thema betrifft den Raum? Okay. Reihenfolge ist nicht so wichtig. Ich mache es jetzt also so, wie ich es sonst auch machen würde. Ich überlege mir jetzt. Da, wo mir zuerst was einfällt, fange ich auch an. Also bei Papier denke ich an Bücher, an Wissensübermittlung, ans Basteln. Ich denke an Papierwände, ich denke an Papierwände, wie sie es in Asien manchmal gab, ich glaube in Japan, vielleicht sogar noch gibt, das weiß ich nicht. Ich denke an Schriftrollen. Ähm, was fällt mir noch ein? Zu Papier, Origami, ja. Mir fallen alte Drucke ein, alte Urkunden. Okay. Also ich denke, das Thema könnte sein, Wissen festhalten oder Überlieferung. Was das konkret heißt, schauen wir uns gleich an. Bei Stein denke ich an Mauern, ich denke an Statuen, ich denke an Marmor, an Kunst, an Architektur, aber auch an Bergwerke, Steinbruch, Stein. Stein hat auch was Bleibendes, was Festgezurrtes. Ja, wenn wir etwas in Stein meißeln, Stein kann Artefakte meinen, Archäologie, das was übrig geblieben ist, von früher häufig Steinbauten, was weiß ich, in Mykene oder die Pyramiden, die kennt sicher jeder, waren früher überzogen, noch mit, ich glaube, einer Kalkschicht und hatten sogar golden überzogene Spitzen, soweit ich weiß. Weiß auch nicht, ob das noch so gesichert ist. Jedenfalls, naja, was ist davon noch übrig? Im Wesentlichen der Stein. Okay. Also bei Stein schlage ich vor, ist dann das Thema so etwas wie Archäologie. das heißt Ausgrabung oder eben auch Artefakte. Also das, was uns aus der Vergangenheit überliefert wird. Archäologie liegt nahe, weil wir uns ja schon darauf geeinigt hatten, dass es in einer Ruine spielt, also passt das ganz gut zusammen. So, was ist mit Schere? Schere ist interessant, weil es ist ein Werkzeug, es ist was Alltägliches. Es ist tatsächlich ein relativ altes Werkzeug. Mich hat das überrascht, als ich es herausgefunden habe. Also wie alt genau, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich erinnere mich an einen Museumsbesuch, da war ich doch recht erstaunt, in welchen Zeiten es schon Scheren gab. Also Schere hat was mit Alltag zu tun, mit Werkzeugen. Es hat was zu tun mit auch Waffen. Scheren sind scharf und deswegen auch gefährlich. Und ich denke mal, ich werde mich auf Werkzeug festlegen. oder sagen wir mal Werkzeug und Waffen, das macht uns etwas freier. So, wir haben also jetzt ein Setting. Wir sind im Wald, in einer Ruine, in einem alten Räuberlager oder sowas. Wir haben drei Räume mit jeweils fünf Loci. Wir haben eine Route durch die drei Räume, nämlich Schere, Stein, Papier. Wir haben dementsprechend Themen für die Räume, also Werkzeug und Waffen, Archäologie und Ausgrabung oder Artefakte und Wissen und Überlieferung. So, dann wäre jetzt naheliegend der nächste Schritt. Um unser Gerüst zu vervollständigen, brauchen wir Routen durch die Räume. Also, so wie wir eine Route durch den Palast haben, Schere, Stein, Papier, können wir jetzt von dem Thema, das wir für die Räume jeweils haben, uns fünf Loci jeweils ausdenken. Und die Route ist für mich erstmal klar. Also, ich persönlich verwende, wo es sinnvoll ist und das ist fast immer der Fall, die Standardroute eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier ist der Eingang und normalerweise hier der Ausgang. Das kann sich ändern, aber ich betrachte jeden Raum immer vom Eingang aus. Also, kurz zur Veranschaulichung. Es kann ja auch sein, dass die Route in einem Palast so aussieht. Ja, wir kommen hier rein. Gehen dann hier die Route. Geht's hier rein. Wieder die Route. Ja, eins, zwei, drei, vier und dann in die Mitte. So, von hier aus geht's jetzt dahin. Wie ist hier dann die Route? Naja, ich betrachte das Ding immer vom Eingang aus. Also, könnte ich's drehen und sagen, okay, gut, also ist eins hier, zwei ist hier, drei ist hier, vier ist hier, fünf ist hier. Das hat den Vorteil, dass ich mir nie darüber Gedanken machen muss, wie genau der Raum jetzt orientiert ist. Das heißt, die Routen, denke ich mir, immer vom Eingang des Raumes aus. So. Also, Route eins, zwei, drei, vier, fünf und von der Fünfte dann zum nächsten Raum. Gut, wir brauchen jetzt jeweils Lotsee. Okay. Also, schnappen wir uns Raum eins. Raum eins war das Thema Werkzeug und Waffen. Und das Schöne ist, eins haben wir schon, die Schere. Die verwenden wir auch als Lotsee, also als Locus. Es gibt ja keinen Grund, warum wir das nicht tun sollten. Ich persönlich mache es am liebsten so, dass das Symbol, also in dem Fall Schere, Stein, Papier, sind die drei Symbole, die uns die Räume aufschließen, dass das Symbol, das den Raum definiert, immer in der Mitte des Raumes steht. Das heißt, Schere wäre dann Nummer fünf, also in der Mitte des Raumes. also Schere ist Nummer fünf, dann brauchen wir noch eins, zwei, drei und vier. So, damit spontan nichts einfällt, was der Normalfall ist, werde ich jetzt einfach zum Thema Werkzeug und Waffen assoziieren. Das heißt, ich schaue einfach mal, wenn ich über Werkzeug und Waffen nachdenke, was da so hochkommt. Und ich bedenke dabei, okay, wir befinden uns in einer Ruine, irgendwas Altes. Also werden wahrscheinlich die Gedanken, die mir kommen, sich meistens auf irgendwelche alten, rostigen Dinger beziehen, die halt noch übrig geblieben sind. Oder vielleicht auch ein besonderes Werkzeug oder eine besondere Waffe, die dann meinetwegen in dem Raum in einer Truhe liegt und noch wunderbar blitzblank ist, weil sie so perfekt geschützt war. Was auch immer. Das ist jetzt nicht so wichtig. Das Wichtige ist, ich überlege mir einfach, okay, einfach frei fließen lassen. Was fällt mir ein zum Thema Werkzeug und Waffen? Okay, die Schere hatten wir schon. Und wir haben das Messer, das kann sowohl Werkzeug als auch Waffe sein. Es gibt die Säge, es gibt das Schwert, es gibt die Axt. Ja, ihr merkt nicht nur bei den Räubern. Es gibt Pfeil und Bogen. Was gibt es noch? Es gibt Macheten. Da merkt ihr im Urwald, im Wald, da bin ich schon geprimed. Kommen mir natürlich die entsprechenden Gedanken. Es gibt Axt, haben wir schon. Es gibt, ja gut, Axt kann aber auch eine Streitachse sein. Es gibt Lanzen, Hellebaden, wie schreibt man die überhaupt? Ich glaube mit Doppel-L, Hellebaden. Was gibt es noch? Es gibt Armbrüste, Es gibt Dolch. Was gibt es noch? Morgenstern. Ja, du merkst, ich bin in der Waffenschiene drin. Gehen wir mal auf die Werkzeugschiene. Was haben wir denn für Werkzeuge noch? Wir haben Säge, Messer, es gibt Bohrer. Es gibt Hämmer, also Hammer, Bohrer. Es gibt Sägen, da gibt es verschiedene Arten von Sägen. Es gibt den Fuchsschwanz. Es gibt die Feinsäge. Es gibt die Laubsäge. Es gibt die Motorsäge. In manchen Horrorfilmen auch als Waffe zu verwenden. Es gibt Beitel. Meißel. Etc. Okay, also ich denke, wenn ich da jetzt kein Video aufgezeichnet hätte, dann hätte ich wahrscheinlich schon nach den Waffen aufgehört, weil ich mir gedacht habe, die erste Idee, die mir gefallen hat, jetzt beim Assoziieren ist, ja, nehmen wir doch Waffen. Also die Schere kann ja symbolisch stehen. Schere heißt ja, dass etwas auseinander steht. Wir haben zwei Klingen, ja. Und das kann doch symbolisch sein für die Auswahl, die wir jetzt für den Raum treffen. Nämlich, nehmen wir doch zwei Arten von Waffen. Nehmen wir doch Fernkampfwaffen und Nahkampfwaffen. Sagen wir mal rechts im Raum, also bei 1 und 2, haben wir Nahkampfwaffen. Ach, nee, weißt du was, ich drehe es um. Logische Reihenfolge wäre, wenn jemand angreift, verwendest du erst eine Fernkampfwaffe und dann eine Nahkampfwaffe. Also 1 und 2 sind also Fernkampfwaffen und 3 und 4 sind Nahkampfwaffen. Und da wir eine Räuberhöhle finden, ist die Auswahl von Waffen eigentlich ganz sinnvoll für das Setting. Okay, Fernkampfwaffen. Nehmen wir doch, wäre meine nächste Idee, eine einfache und eine komplexe Waffe. Und beim Nahkampf genauso. Beim Fernkampf denke ich mir, okay, einfach wäre ein Bogen, komplex wäre die Armbrust. Also einen Bogen kann man sich fast selber bauen, das ist ziemlich einfach. Eine Armbrust ist schon komplizierter. Okay, was wäre beim Nahkampf einfach, was wäre komplex? Schauen wir doch einfach mal, was wir haben. Also ich würde sagen, Nahkampf, das Messer oder sagen wir mal der Dolch. Der Dolch ist einfach. Das ist einfach nur eine Klinge, die vorne spitz ist. Der ist noch nicht mal besonders gut zum Schneiden gedacht, sondern nur zum Stechen. Also ganz einfach. Hier ist ein Dolch. Komplex ist zum Beispiel eine Streitachst oder nehmen wir einfach das Schwert. Das Schwert ist die größere Variante des Dolches sozusagen. So, damit haben wir jetzt eine Rute. Bogen, Armbrust, Dolch und Schwert und als letztes die Schere. Was ein bisschen ironisch ist, dass die Schere sozusagen der Höhepunkt des Raumes ist. Die gefährlichste Waffe von allen. Okay. Gut, das heißt, wir haben jetzt unser Schema für den ersten Raum fertig. Also, ich schau mal, ob das funktioniert. Ich gucke jetzt nicht aufs Blatt. Wir haben drei Räume. Schere, Stein, Papier. Wir sind im Wald. Wir sind in einer Art Räuberhöhle, die verlassen ist und schon sehr alt, deswegen überwuchert und zerfallen. Im ersten Raum haben wir das Thema Schere. Das führt mich zu Werkzeug und Waffen. Die Schere hat zwei Schneiden. Es gibt zwei Arten von Waffen. Fernkampf- und Nahkampfwaffen. Fernkampfwaffen kommen in der Regel zum Einsatz, bevor Nahkampfwaffen zum Einsatz kommen. Also fangen wir mit Fernkampf an. Wir hatten eine einfache Fernkampfwaffe, den Bogen und eine komplexe, die Armbrust. Wir haben eine einfache Nahkampfwaffe, den Dolch und eine komplexe oder große, wenn du möchtest, das Schwert. So, also ist die Reihenfolge der Lotse im ersten Raum. Bogen, Armbrust, Dolch, Schwert und Schere. Und damit die Schere so gut gefällt, und es mir gefällt, dass sie so rausbricht, also rausfällt aus dem ganzen Schema, denke ich mir, okay, die Schere, die werden wir in einer glanzvollen, eisenbeschlagenen Truhe finden, wo sie auf Samt gebettet ist, weil das ist das mächtigste Werkzeug von allen. Jo, das war Raum 1. Den ich jetzt mal grün kodiert habe, nehmen wir mal für Raum 2. Rot. Habe ich hier überhaupt noch ein bisschen Platz dafür, das geht schon. Okay, 2. Der zweite Raum war Stein, und da hatten wir Ausgrabungen und Artefakte. Wo ich gerade Stein denke, fällt mir ein, es gibt noch eine Möglichkeit, ein Thema zu wählen, nämlich Edelsteine. Wenn man sich da auskennt, also wenn du dich da auskennst, dann könntest du einen Raum natürlich auch gestalten, als Schatzkammer, mit 5 verschiedenen Edelsteinen in den Ecken. Also ich ganz plump und unbewandert, würde jetzt sagen, okay, ich kenne Saphir, ich kenne Rubin, ich kenne Kristalle, das sind keine Edelsteine im eigentlichen Sinne, aber für mich würde es funktionieren, weil das Assoziativ zusammengehört. Es gibt Topaz, Opal, aber ich kann mir nicht immer ein Bild darunter vorstellen, deswegen verwende ich das nicht, und ich nehme auch an, dass den meisten, die das anschauen, auch so geht. Also nehmen wir doch was, worunter sich jeder was vorstellen kann. Okay. Ausgrabung und Artefakte. Stein ist wieder mal unser fünfter Ort. Ja, Lokus Nummer 5, der in der Mitte. Wie machen wir jetzt Stein zu was Interessantem? Es soll ja schon ein interessanter Stein sein und nicht einfach nur, ja, so ein Kiesel. Ich stelle mir da vor, so einen Monolithen wie ein Stonehenge, oder nehmen wir doch gleich so so ein monolithisches Tor. Das ist interessanter jedenfalls als ein Einzelner. Da können wir uns auch vielleicht eine Geschichte sogar zu ausdenken, wenn wir möchten. Was weiß ich, das Tor zum Jenseits oder sowas. Gut. Ausgrabung und Artefakte. Die erste sinnvolle Reihenfolge, die mir da einfällt, wäre, na gut, was steht am Anfang einer Ausgrabung und was steht am Ende einer Ausgrabung für die vier Loci, also für Lokus 1, 2, 3 und 4. So, ich denke, am Anfang einer Ausgrabung entsteht ein zufälliger Fund zum Beispiel oder eine Analyse des Bodens, Satellitenbilder oder sowas. Nehmen wir mal was Einfacheres. Sagen wir mal, zum Anfang einer Ausgrabung gehört eine Schaufel. Denn ich muss ja anfangen zu graben. Ausgrabung, Schaufel. Okay. Am Ende einer Ausgrabung steht, naja, entweder ein Artefakt, also etwas, das wir ausgraben, das letztlich rauskommt, ganz am Ende, wenn die Ausgrabung beendet ist. Oder ich denke, ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, na gut, bei einer Ausgrabung endet es ja nicht damit, dass das Artefakt einfach nur in Händen gehalten wird, sondern die eigentliche Arbeit beginnt danach. Das Kategorisieren, Abzeichnen, das Veröffentlichen, das Ausstellen im Museum. Also denke ich mir, das Ende der Geschichte wäre eigentlich, denke ich, entweder eine Veröffentlichung, also ein dickes, wissenschaftliches Buch mit farbigen Bildern der Artefakte drin oder eine Vitrine. Denn die Vitrine steht im Museum, da ist das Artefakt drin. So, damit wir das machen können, brauchen wir das Artefakt. Also schlage ich vor, das ist Nummer 3, ein Artefakt. Welches überlegen wir uns gleich? Und was ist Schritt Nummer 2? Also, wir nehmen die Schaufel, fangen an zu graben. So, mit einer Schaufel allein kriegen wir aber die Artefakte nicht gut raus, denn mit der Schaufel allein laufen wir Gefahr, dass wir sie beschädigen. Also brauchen wir noch mehr. Ich denke mal, wir könnten nehmen. Also die Idee, der ich gerade nachhänge, um das sichtbar zu machen oder zumindest hörbar, was gerade in meinem Kopf vorgeht, ist, wenn ich mit einer Schaufel ausgrabe und ich komme auf das Artefakt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, das ist Beschädige. Also wir fangen an mit der Schaufel, um die ersten paar Zentimeter Erde wegzukriegen. Was weiß ich, einen Meter oder einen halben Meter, ich kenne mich da nicht aus. Und dann müssen wir vorsichtiger sein. Und dazu brauchen wir feineres Werkzeug. Also zum Beispiel Bürsten oder Pinsel. Nehmen wir doch mal, weil das so einen schönen Kontrast zur Schaufel hat, den Pinsel. Wenn du magst, kannst du dir auch eine Zahnbürste vorstellen. Okay. Schaufel, Pinsel, Artefakt und Vitrine. Veröffentlichung gefällt mir mittlerweile schon nicht mehr, weil ich denke, das ist zu unkonkret. Ja, irgendwie so ein Buch, wie sieht das aus? Sehr gut. Ein Buch lebt vom Inhalt, nicht so sehr vom Cover, also nehmen wir die Vitrine. Vitrine, da kann man sich was drunter vorstellen. Okay. Schaufel, Pinsel ist klar, Artefakt. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Was könnte man denn da finden? Artefakt, was könnte man finden? Ich schlage vor, das Artefakt sollte aus Stein sein, denn das ist auch das Thema des Raumes beziehungsweise der Oberbegriff. Um das nochmal zu betonen, könnte das zum Beispiel, oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Sagen wir mal, das Artefakt ist eine alte Steintafel mit einer seltsamen Schrift drauf. Also Zeichen, die wir nicht lesen können oder irgendwas, das halt ein bisschen exotisch aussieht, ein bisschen geheimnisvoll, aber auf jeden Fall auch eine Begründung liefert, warum wir überhaupt einen Pinsel benutzen, denn den Pinsel brauchen wir um die feinen Schriftzeichen, was weiß ich, wie die dann aussehen. Ja, nur mal so eine Idee, ist völlig unwichtig für den Gedankenpalast. Um die feinen Schriftzeichen fein zu legen, brauchen wir den Pinsel. Okay, das heißt, wir haben jetzt eine Route durchgelegt, jetzt werde ich wieder mal gucken, ob die funktioniert, also Blick weg vom Blatt. Aus fernes Gründen auch für euch. Okay, wir hatten drei Räume, Schere, Stein, Papier. Bei Stein war das Thema Ausgrabung und Artefakte, der, die Route beginnt mit einem Spaten, also einer Schaufel, ich fange an zu graben, dann brauche ich feineres Werkzeug, sobald ich merke, dass ich was finde, nämlich einen Pinsel. Und mit diesem Pinsel pinsele ich langsam, aber sicher, unsere Steinplatte frei, auf der eine Inschrift ist, also, genau, unsere Tafel, Steintafel, mit der Inschrift. und nachdem ich die schön sauber gemacht habe, nehme ich die mit und setze sie in eine Vitrine. Das sind dann die vier Lozi und der fünfte, der in der Mitte ist dann, ja, ergibt sich aus dem Namen des Raumes Stein, ist dann unser Steintor. Wenn du möchtest, kannst du dir vorstellen, um das in die Geschichte einzubinden, dass das Steintor sozusagen ein Portal zum Museum ist. Also in dem Moment, wo wir die Vitrine durch das Steintor schieben, verschwindet sie ins Nichts und ist im Museum. Ich weiß, du kennst bestimmt aus Filmen oder Spielen irgendwelche multidimensionalen Portale, irgend sowas. Können wir uns ja vorstellen, wie da grünes Licht zwischen den Torbögen wabert. Irgend sowas. Okay, also, Raum 1 war Werkzeug und Waffen, vor allem Waffen. Wir hatten Fernkampfwaffen und Nahkampfwaffen. Bogen, Armbrust, Dolch, Schwert und Schere. Raum 2 war Ausgrabung und Artefakte, Spaten, Pinsel, Steintafel, Vitrine und das Steintor. So. Fehlt nur der dritte Raum. Welche Farbe nehme ich dafür? Blau. Du merkst vielleicht auch, es geht immer flotter, je weiter man voranschreitet. Also, hier mal kurze Randbemerkung. Was mir manchmal passiert, bei größeren Gedankenpalästen, ist schlicht und ergreifend, wenn ich zehn Räume habe oder so, dass mir zu einem Raum einfach auch mal nichts einfällt oder vielleicht einfach, weil ich müde bin oder weil ich in dem Moment mit dem Thema nicht so viel anfangen kann, da halt mal eine Nacht drüber schlafen. Das eilt ja nicht. Aber bei so einem kleinen geht es häufig ziemlich zackig. Gut, Schere, Stein, Papier. Letzter Punkt ist Papier. Unser Thema war, jetzt habe ich meine Systematik durcheinander gebracht, macht es egal, Papier. Unser Thema war Überlieferung, also genau, Wissen und Überlieferung war der Begriff. Was mir gerade so schön auffällt, ist, dass wir zwischen den Räumen eigentlich schon wieder eine schöne Verbindung haben, weil wir nämlich beim ersten Raum kommen wir vom Bogen als ersten auf die Schere als letzten Punkt. Davor sind es nur Waffen, dann kommt ein Werkzeug. Von der Schere kommen wir aber wunderbar auf den zweiten Raum, denn da fängt es an mit Werkzeug, nämlich dem Spaten, also der Schaufel. Ja, ist wahrscheinlich nicht das, nee, es ist nicht dasselbe, aber egal, also was auch man dir vorstellen will, ist eine Schaufel. So, Schaufel ist ein Werkzeug, Pinsel ist wieder feiner und wo kommen wir raus? Wir kommen raus bei einer Steintafel mit Schrift. Also bei Überlieferung. Klar, die Vitrine kommt nochmal dazwischen, aber das passt ja auch, weil auch ein Museum überliefert dir das Wissen. Also, die Museen sind ja tatsächlich die Instanzen, die diese Aufgabe haben, die Artefakte aus der Vergangenheit für uns heute zugänglich zu machen und das ist Überlieferung. Das heißt, davon kommen wir eigentlich wunderbar, ja, also hier ist dann die Vitrine dazwischen, kann man eh nicht mehr lesen, egal. Kommen wir von Wissen, äh, kommen wir von der Steintafel mit der Inschrift auf Überlieferung und das ist Raum 3. Papier. So. Thema ist Wissen und Überlieferung. Was bedeutet das jetzt für unsere antike Räuberhöhle? Also, ich hatte vorhin schon mal ein bisschen assoziiert, was fällt mir ein zu Wissen und Überlieferung? Wir fangen natürlich an wieder, wie immer, mit dem eigentlichen Raumsymbol, dem Papier. Wir überlegen uns, okay, wie kann Papier so aussehen, dass es interessant ist, denn das soll ja wieder in die Mitte des Raums als fünfter Locus. Nummer 5. Papier. Okay, wie kann Papier interessant werden? Also, die interessanteste Form von Papier, die ich kenne, ist Origami. Also, eine schöne Faltung, die wirklich interessant oder faszinierend aussieht und meistens hat man ja sowas schon irgendwie mal gesehen. Also, ich versuche mal, irgendwie was zu zeichnen, was ein Origami sein könnte, wie die gefaltet werden. Ja, also, nagel mich nicht drauf fest, ich kann das selber nicht. Also, ja, okay, es sieht furchtbar aus. Einigen uns darauf, dass ich das nicht zeichnen kann. Falls du nicht weißt, was Origami ist oder dir darunter nichts vorstellen kannst, vielleicht einfach mal schnell Google-Bildersuche benutzen oder so. Jedenfalls, Origami sind gefaltete Figuren aus Papier. Und wenn wir die ein bisschen größer machen, werden die auch beeindruckend. Also, sagen wir mal, das Ding hier ist 2,50 Meter groß. Also, das Bild in meinem Kopf ist jetzt ein Origami-Schwan, weil ich so einen schon mal gesehen habe. So ähnlich wie das, was ich da gezeichnet habe, in schön. und ich stelle mir vor, wie der sehr groß ist, was ihn beeindruckend macht und da wir in einer alten, mutrigen Höhle sind, ist der wahrscheinlich schon ein bisschen feucht und ein bisschen zerfleddert, aber immer noch beeindruckend. Das ist unser fünfter Ort. Brauchen wir noch die ersten vier. Papier. Was fällt mir zu wissen über Lieferungen ein, vor allem im Zusammenhang mit Papier? Die Steintafel haben wir schon verwertet, also können wir die nicht mehr benutzen. Aber wir können benutzen Papyrusrollen. Wir können benutzen Bücher. Also, was ich damit meine, ist in der Fachsprache ein Kodex. Falls du dich fragst, was ein Kodex ist, wenn du heutzutage jemals ein Buch in der Hand gehalten hast, das ist ein Kodex. Im Gegensatz zu einer Buchrolle. Also, Buchrolle und ein Kodex. Das ist wirklich der Unterschied. Buchrolle und Kodex. Also, Papyrus ist ein normales Papierbuch, wie wir es heute haben. Und dann denke ich mir noch, kann man noch sowas wie Urkunden verwenden. Also, sehr stabiles Papier. Ja, vielleicht auch eigentlich eine Rolle. So. Ja, und da unten hängen dann so Siegel dran. Oder wenn dir das alles ein bisschen seltsam ist oder zu viel Vorwissen braucht, stell dir einfach vor, wie hier ein großes, dickes Siegel drauf ist. Okay? Das ist eine Urkunde aus Pergament. Also, Unterschied zwischen Papyrus und Pergament. Papyrus sind Streifen von der Papyrus-Pflanze. Also, tatsächlich Streifen von Papyrus. Also, es ist so eine Art Schilf, das am Nil wächst und das kann man zerschneiden in schöne Streifen und die Streifen legst du dann alle parallel. Ja, und dann legst du nochmal Streifen drüber, genau entgegengesetzt. Und damit es noch stabiler wird, machst du es vielleicht noch zweimal und dann hast du Papyrus. So entsteht Papyrus. Pergament dagegen Pergament dagegen ist Tierhaut. So eine Art Leder, wenn du möchtest, nur eben besonders behandelt, damit man darauf schreiben kann, dass es weiß wird oder zumindest hellgelb. Alte Urkunden waren häufig auf Pergament, also zumindest die, die uns so aus Mittelalter zum Beispiel geliefert sind. Und das ist sehr, sehr stabil. Also, ich hatte das einmal in der Hand, das ist wirklich interessant, das ist relativ schwer und fest. So ein bisschen wie Pappe, nur flexibler. Und wenn wir schon Papyrus, äh Papyrus, Papier in der Form des Buches, Pergament in Form der Urkunde haben, dann können wir doch eigentlich auch Pappe noch verwenden. Oder können wir das sinnvoll verwenden zum Thema Wissen und Überlieferung? Will mir ehrlich gesagt nicht so richtig gefallen. Ich glaube, nehmen wir doch lieber noch ein drittes, äh, nochmal in, in, wir hatten vorhin die Steintafel. So, das ist sozusagen die älteste Form. Aber das ist nicht das Einzige, was uns überliefert ist. Was uns auch überliefert ist, sind zum Beispiel Wandmalereien oder Texte an Wänden, wie zum Beispiel Hieroglyphen in Ägypten. Also, Wände tatsächlich als Medium. Die Wand als Medium der Überlieferung. Also, sagen wir doch, nehmen wir statt Pappe oder so, nehmen wir doch die Wand. Also, eine Wand mit Bildern. Ich denke jetzt ganz konkret an diese ägyptischen Hieroglyphen. Also, wie können die aussehen, so können die aussehen, ähm, oder auch so. Ist wahrscheinlich furchtbar stümperhaft, aber jedenfalls kann, ja, ist ja auch vollkommen unwichtig. Du hast wahrscheinlich schon mal sowas ähnliches gesehen. Okay, ich bin zufrieden damit. Ich würde sagen, Papyrus, ein Kodex, also ein normales Buch, eine Urkunde aus Pergament und eine Bilderwand sind sinnvoll, für mich zumindest als Loci. Und da es hier darum geht, wie ich das mache, nehme ich die jetzt auch einfach und finde es am sinnvollsten, die chronologisch zu ordnen. Also zumindest sagen wir mal einer subjektiven Chronologie, in welche Reihenfolge ich sie bringen würde. Das hat jetzt nichts mit der historischen Wirklichkeit zu tun. Also das Älteste ist die Bilderwand. Ah, da könnten wir zum Beispiel auch stattdessen die, ähm, so eine, ähm, Höhlenzeichnung nehmen aus der Jungsteinzeit oder Altsteinzeit oder was auch immer. Wäre auch eine Möglichkeit. Jedenfalls eine Bilderwand. Dann kommt die Papyrusrolle, zumindest für mich. Ist das die sinnvollste nächste Entwicklung? Wenn ich mir hier ägyptische Zeichen vorstelle, ist die Assoziation zur Papyrusrolle auch ziemlich naheliegend, weil auch die stammt aus Ägypten, Papyrus wächst am Nil und so weiter. So, Papyrusrollen wurden schließlich abgelöst von Kodizes, also von dem normalen Buch, so wie du das dir heute denkst. Also, ne, habe ich ja vorhin erklärt. und im Mittelalter ist wahrscheinlich auch historisch nicht korrekt, wahrscheinlich schon ein bisschen früher, aber jedenfalls kommen dann auch die Urkunden aus Pergament. und der fünfte Schritt ist dann das Origami, das wieder mal völlig rausfällt und eigentlich nur dadurch mit dem Raum verbunden ist, dass es das Papier darstellt. So, jetzt haben wir hier im Übrigen auch mehrere Materialien, vielleicht hilft dir das auch, dir das zu merken. wir haben Stein, die Wand, wir haben Papyrus, wir haben Papier und wir haben Pergament. Okay, also, ich wiederhole mal die Räume für mich selbst, ich schaue mal wieder, ob es geklappt hat. Ja, jetzt habe ich auch kein Papier mehr. So, wir hatten drei Räume, Schere, Stein, Papier war unsere Route durch die drei Räume. Die Schere stand für Waffen und Werkzeug. Wir hatten Bogen, Armbrust, Dolch, Schwert, Schere. Als die fünf loszieht, dann machen wir das vielleicht doch mal so, dass ich das immer schön mitzeigen kann, dann ist das vielleicht klarer. Also, wir haben immer diese Anordnung. Okay, also, wir hatten Bogen, Armbrust, Dolch, Schwert und die Schere. Im zweiten Raum hatten wir Schere, Stein, Papier, Stein, Stein war Ausgrabung und Artefakte. Da haben wir den Spaten, ich sage immer Spaten, okay, Spaten oder Schaufel, Pinsel, Steintafel mit Inschrift, Vitrine und unser Steintor, unsere Monolithen. Dritter Raum, Schere stand Papier, war der Raum Papier, Papier stand für Wissen und Überlieferung und wir hatten auch das wieder geordnet. Wir hatten die Steinwand mit Inschriften, also mit ägyptischen Hieroglyphen, Papyrusrolle, den Buchkodex, also gebundenes Buch und die Urkunde und als letzten Schritt unser großes Origami. So. Jetzt haben wir das komplette Skelett des Palastes fertig. Das wirklich Wichtige, damit das irgendwie noch Sinn ergibt, wäre vielleicht noch ein Grundriss. Ich denke, ich mache den ziemlich einfach und simpel, straightforward, einfach nur hintereinander. Was für mich die Sache interessanter macht, ist, wenn wir uns vorstellen, dass jeweils eine Treppe sich dazwischen befindet, durch die wir hinunter laufen. Also hier ist der Eingang aus dem Wald. Alles überwuchert und voller Blätter und Vegetation und Ranken und und und. Hier ist der erste Raum Waffen und Werkzeug. Hier ist der zweite Raum Ausgrabung und Artefakte. Hier ist der dritte Raum Wissen und Überlieferung. So, dass wir immer tiefer reinkommen. Aber jetzt keinen komplexen Grundriss uns merken müssen. Einfach nur eins, zwei, drei. Schere, Stein, Papier. So. Das ist das Skelett des Palastes. Damit können wir uns schon was merken, damit können wir anfangen. Da meine Kamera gleich den Geist aufgibt, wie ich sehe, das passiert, wenn man die nicht vorher auflädt, aber gut, werde ich den zweiten Teil jetzt doch trennen. Und zwar so wie es ist, könntest du es schon benutzen. Du hast die Namen für die Loci, vielleicht auch schon eine grobe Vorstellung, wie die aussehen, auch eine räumliche Orientierung, aber wahrscheinlich ist es noch so leerer Raum, schwebende Gegenstände. Das ist nicht sonderlich attraktiv, deswegen finde ich, wäre jetzt der sinnvolle nächste Schritt, den ich jedenfalls machen werde und dann auch wieder aufnehmen für dich, das Ganze mal mit Fleisch zu füllen, also da mal ein bisschen Bilder reinzukriegen und Atmosphäre, dass wir wirklich uns möglichst genau vorstellen, wie es da ist, wie es sich anfühlt, eine gute, vielleicht rätselhafte Atmosphäre schaffen. Um da hinzukommen, müssen wir uns überlegen, wie genau das aussieht und das machen wir dann im nächsten Schritt.